Generell ja lange auf Pflichtspiele verzichten müssen und da ist der Anpfiff, los geht's, hier an der Karlsroad. Die Mainzer direkt mit der Balleroberung, das ist der Kapitän, das ist Dorian Chuciara. Wir bauen jetzt aber nochmal ruhig hinten in der Innenverteidigung auf, über Silas Kölmer. Der lange Ball, aber sicher gelöst von Emre Aksol, dachte ich zumindest auch, Schiedsrichter hat es anders gesehen und es gibt den ersten Eckball für Schotten Mainz. Den wird Luis Raul Vazquez in die Mitte bringen. Nochmal die zweite Chance, aber abseits dann logischerweise gut rausgerückt. Und jetzt der Abschlag von Roy Steuer, einer dieser internationalen Jungs, der neu gekommen ist dieses Jahr, von Ajax Amsterdam. Hat bereits im Liga-Pokal gespielt und ist auch U-Nationalspieler der Niederlande, da zuletzt in der U15 aktiv gewesen. Sein Debüteinsatz 2020 bei einem 4 zu 1 gegen Tschechien. Kopfball, der heutige Kapitän gewonnen, Sadik Fofana. Auch er ja mit im Profitrainingslager dabei gewesen. Da gibt es hier auf dem YouTube-Kanal ein schönes Video, wo der Stürmer Emre Hange-Digli alle Jungs aus dem NLZ vorstellt, die mit im Profitrainingslager dabei waren. Und Sadik Fofana, der auch jetzt wieder am Ball ist, da unter anderem gesagt, dass sein Vorbild aus der ersten Mannschaft auf jeden Fall Karim Demirbay ist. Ist ja Innenverteidiger, Mittelfeldspieler. Jetzt wieder Schotten Mainz mit der Balleroberung. Der Flanke, aber die zu ungefährlich, geht über den Kasten, findet keinen in der Mitte. Der Fofana kam 2020 von Alemannia Aachen. Er ist unter anderem auch an einem Tor beteiligt, so ein Tor erzielt im Liga-Pokal schon. Sowohl in der Mitte, als auch in der Abwehr eingesetzt werden. Damit seinen 1,92 natürlich schon eine ordentliche körperliche Präsenz. Und es sieht aktuell so aus, als würde die Werkself hier mit einer Doppelspitze starten mit Emre Hange-Digli und Iker Bravo vorne im Sturm. Aber die Mainzer jetzt hier mit Tüschüsch beim Einwurf durchaus mutig hier in den ersten Minuten. Wollen hier mitspielen. Und jetzt der Abschluss und Steuer auf Nummer sicher zur Ecke. Zweite Ecke für Schott Mainz. Der Abschluss hier von Tim Arnhold. Gucken wir nochmal drauf. Ja, wichtig, dass er da dran ist. Und jetzt die nächste Ecke für Schott Mainz. Die diesmal aber zu kurz. Leichte Proteste. Wegen Handspiel, aber auch wenn wir das jetzt von hier wahrscheinlich nicht genau auflösen können, hätte ich jetzt auch eher gesagt, richtig da weiter zu machen. Aber es ist weiterhin Schott Mainz, die hier offensiv Druck machen. Dann aber scheinbar selber ein bisschen überrascht sind, wie sich dieser Ball entwickelt hat. Wenn da jemand nachgegangen wäre, hätte das richtig gefährlich werden können. Eberkusen wieder über Verfahrener. Erster flache Versuch und dann der lange Ball. Da fehlt noch so ein bisschen die Präzision. Wahrscheinlich auch ein bisschen überrascht selber, wie offensiv Schott Mainz hier direkt zu Beginn zu Werke geht. Und hier direkt gut mitspielen. Auch noch auf ihr erstes Pflichtspiel warten. Also für Schott Mainz ist es hier die Pflichtspielpremiere. Die starten erst Mitte September in die Saison. Ähnlich wie unsere Werkself, für die es ja dann Mitte September bei Fortuna Köln losgeht. Am 11.09. Vorbereitung da durchaus erfolgreich gewesen. Erstmal hier auf Ingyom Jung. Dann das Foul von Zidane Zertimir an Dugokan Tyjic. Leo Blenske und Silas Kölner bisher noch sicher da in der Endverteilung. Aber jetzt macht auch unsere Werkself hier mal Druck. Und zwingt hier direkt Niklas Lansch mal zu dem ersten nicht so genauen Ball. Da gibt es auch schon direkt die Ansage hier von draußen. Von Sven Hübscher klar spielen. Gefällt das hier logischerweise noch nicht, der Auftritt seiner Mannschaft. Sven Hübscher ja unter anderem bei Preußen Münster Cheftrainer gewesen. Aber auch schon bei Schalke 04 Co-Trainer der ersten Mannschaft. Es ist Chimuanga. Flanken. Geht aber nochmal den Weg hinten rum. Köhl. Ja, da fehlt noch ein bisschen die Präzision. Fofana kann den nicht kontrollieren, den Ball. Macht das jetzt aber gut hier. Guter Ball auf Gedikli. Mit dem Seitenwechsel aber findet da Chimuanga nicht. Beziehungsweise hat er ein bisschen zu viel Power in den Ball gebracht. Gedikli ja auch mit dem Profi-Vertrag ausgestattet worden. Sagt Simon Rolf ist ein Angreifer mit ausgeprägtem Torrächer, der das bereits in der Junioren-Bundesliga gezeigt hat. Und jetzt sein Potenzial auch bei den Profis unter Beweis stellen soll. Sertimir. Aber auch da wieder zu. Genau, der Pass für Jung. Werks-Elf braucht hier noch, um ins Spiel zu finden. Aber das jetzt gut gemacht, den Einwurf ausgeholt gegen Malik Milan Schäfer. Das ist jetzt ein Einwurf für Emre Axoy. Gut gemacht von Sertimir, auch wenn es jetzt nur den nächsten Einwurf in Anführungszeichen gibt. Axoy probiert es da, wieder Bravo zu finden, aber aufgepasst. Oh, größer Fehlpass. Jetzt die Konterchance, aber Vázquez braucht da zu lange den Ball zu kontrollieren. Dann nehme ich an, wollten sie hier Ecke Nummer drei rausholen, aber das hat Fofana dann clever gemacht. Aber auch wenn Schott Mainz nicht in der A-Junioren-Bundesliga zu finden ist, dennoch ein Verein, den man nicht unterschätzen sollte, sind jetzt in den letzten zwei abgebrochenen Spielzeiten jeweils Zweiter in der Regionalliga geworden. Somit auch nur knapp am Aufstieg gesteitert. Jetzt, das macht er gut. Ries zurück, aber geblockt der Schuss. Dann schon die erste Frustaktion hier von Luis Vázquez. Hat er hier, denke ich, noch Glück gehabt, dass er Schiedsrichter das ein bisschen entspannter sieht. Normalerweise gibt es dann auch gerne mal nach zehn Minuten schon für so eine Aktion die gelbe Karte. Und Bayern 04 probiert es jetzt hier ruhig aufzubauen. Ein bisschen mehr Spielkontrolle würde den Schwarz-Roten sicher gut tun. Aber Mainz macht das bisher auch stark. Arnold. Vázquez kann den Ball nicht kontrollieren. Jetzt vielleicht mal die Möglichkeit zu kontern. Aber wieder ein Fuß dazwischen. Und das Foul an Jung von Tüschisch. Die Klee wäre da fast durchgebrochen. Aber jetzt wieder auf der anderen Seite die Kontermöglichkeit eingeleitet von Chiara. Ika Bravo. Schöne Körpertäuschung. Jetzt mal ein bisschen Platz, aber zu langsam. Dauert zu lange, bis er den Ball abgibt. Nächste Möglichkeit. Diesmal findet der Jung auf außen, der gut vorbeigeht. Aber dann gutes Tackling von Silas Kölmer. Aber auch die erste Ecke für die Werkself. Die bringt sie dann, Sertemir. Chimuanga kommt noch kurz. Und es wird auch kurz ausgespielt. Chimuanga. Zurück auf Köl. An sich keine schlechte Variante. Aber wie bei allen Aktionen bisher noch ein Ticken Genauigkeit, die da fehlt. Jetzt hätte Sertemir da Platz gehabt für einen Abschluss. So. Abstoß von Lansch. Abprobiert da Mati-Oleris. Stürmer. Seit 2017 hier. Für Shotmind spielt. In Szene zu setzen. Aber auch der Ball. Noch zu weit. Schwieren jetzt mit dem langen Ball. Gidikli. Behauptet sich da gut. Da kann man meiner Meinung nach auch schon über eine Karte nachdenken. So wie er da gezogen und gezerrt wird. Sarek Fofaner. Sieht trotzdem die aufbauenden Worte von Sven Hübscher. Er hat seit Jahresbeginn für die U19 zuständig ist. Mit dem Interview gesagt hat er, dass Fußball bei Einsatzbereitschaft, Leistungsbereitschaft, Laufbereitschaft und Lernbereitschaft beginnt. Möchte hier mit der U19 intensiv und zielstrebig spielen. Viel Ballbesitz haben. Mutig verteidigen. Letztes Jahr nach vier Spieltagen ja abgebrochen worden, die A-Junion-Bundesliga. Da stand man mit sechs Punkten da. Davor das Jahr ebenfalls der Abbruch. Aber da hatte man dann 42 Punkte. War Vierter im Viertelfinale im Pokal an Dynamo Dresden gescheitert. Ries auf Tüdych. Aber zu steil der Pass. Boah, hartes Einsteigen hier von Tüdych. Kriege ich dann auch direkt die Ansage hier vom Schiedsrichter. Da zum Glück nichts Schlimmeres passiert. Das hätte auch anders ausgehen können. Aber Ing-Jum-Jung hat sich da nicht wehgetan. Lange Ball. Wichtig, den jetzt direkt zu klären vom Lenske. Aber der landet bei Axoy. Axoy aufgeht die Klee. Der hat natürlich auch seinen 1,87. Ordentlich Körper mitbringt. Den da reinstellen kann. Viele Bälle festmachen kann. Aber auch natürlich einen eingebauten Tore hier hat. Im Liga-Pokal unter anderem drei Tore erzielt. Der erwähnten Saison 19, 20. 17 Tore in 14 Spielen gemacht hatte. Und auch U-Nationalspieler Deutschlands ist. Und der auch schon quasi ein Urgestein im Nachwuchs. Wenn man das so sagen kann. Seit 2010. Schon für die Werkself aktiv. Damals vom FC Mühlheim gekommen. Aber da gibt es einige in der Schwarz-Roten-Jugend-Abteilung, die quasi schon ihr halbes Leben für Bayer 04 spielen. Der gute Ball, Chimuanga. Macht das gut. Sieht bravo. Aber dann auch das gute Tackling von Kölner. Das waren dann ein paar zu viele Gegenspieler für Ika Bravo. Zertimir kommt nicht dran. Jetzt vielleicht wieder der schnelle Ball. Mainz probiert es hier über Konter. Aber auch da fehlt jetzt mittlerweile die Präzision, indem sie da anfangs besser im Spiel waren. Strafen sie mich jetzt hier Lügen. Und ein gutes Tackling da von Ali Barak. Viererkette aus Barak. Schwierend vor Fahna und Axel. Bisher zumindest in der Defensive noch ohne Fehl und Tadel. Jetzt setzt auch wieder der Regen ein hier in Mainz. Es ist hier ungefähr eine Stunde trocken gewesen. Vorher auch schon stark Regen. Rasen dafür aber in sehr gutem Zustand. Chiara. Vazquez. Probiert es aber. Barak. Blockt ihn dann ohne Probleme. Gemacht von Zertimir. Auch einer der Neuzugänge. Und wieder der lange Ball. Vazquez verpasst den ersten Kontakt. Schwierend dran. Und es gibt Abstoß. Da war Fofana zum Glück nah am Gegenspieler. Gucken wir nochmal drauf. Ja, das ist definitiv zu wenig für den Elfmeter. Vor allen Dingen, da der Ball schon weg war. Dann wieder der ungenaue Pass von Fofana. Noch tut sich die Werkself hier schwer an der Karlsroad. Noch zu viele kleine Fehlerchen drin. Die Schott Mainz nicht bestrafen kann. Weil aber auch die Defensive dafür zu gut steht. Gidigli jetzt mit der guten Ballannahme. Aber dann ist Kölner da. Schon Blenzke war's. Achseu auf Zertimir. Bravo. Hat den Ball noch. Dann immer wieder der gleiche Ball in Richtung Luis Vazquez. Den Deutsch-Spanier im Angriff von Schott Mainz. Zertimir, guter Körpereinsatz. Bravo. Aber wieder mindestens einer zu viel. Dem ist der junge Spanier, der ja auch neu gekommen ist vom FC Barcelona, da aufnimmt. Sagte Thomas Eichlin zur Verpflichtung. Das war eine große Bereicherung. Wird eine große Bereicherung für den Klub sein. Man hat sich da unter anderem gegen Juventus, AS Rom und Eintracht Frankfurt durchgesetzt. Im Werben um den jungen Spanier aus der Jugend von Barcelona. Sicherlich spannend zu sehen, wie es der 16-Jährige hier macht. Aber dann auch Mitte September, wenn die A-Junioren-Bundesliga im Westen startet. Bisher fehlen hier auf beiden Seiten noch die Großchancen und den einen Abschluss, wo Steuer zur Ecke klären musste. Ansonsten warten wir hier noch auf den ersten richtigen Abschluss. Jetzt wieder die Mainzer. Torsten Efken jetzt hier von der Bank klare Abschlüsse von seiner Mannschaft fordert. Jetzt gegen Jumjung, der hier die rechte Außenbahn beackert. Dann sein defensives Pendant Emrah Axel schicken will, aber wieder ein Fuß dazwischen. Zertimir auf Jimo Hanga, probiert den Doppelpass. Bravo. Die letzte Präzision fehlt beim letzten Ball und dementsprechend warten wir auch noch. die erste richtig gefährliche Aktion unserer Werkself. Profana zurück zur Steuer. Erstmal wieder Ruhe ins Spiel bringen. dann Steuer mal mit dem langen Ball, der aber quasi postwendend zurückkommt. Chimu Hanga ist in der Haus die die machencar auf card Und wieder die Mainzer, aber auch der Ball wieder zu lang für Tim Ahnhold diesmal. Barak hat sich da gut durchgesetzt und jetzt die Abseitssituation. Barak hat sich da gut durchgesetzt. Barak hat sich da gut durchgesetzt und jetzt die Abseitssituation. Sehr häufig der lange Ball von links rüber auf Luis Vasquez. Ja gestern schon vier Partien im Juniorenpokal. Da unter anderem ein 3 zu 1 von Dynamo Dresden nach Verlängerung gegen den VW Wolfsburg. Der FC Mainz hat ebenfalls mit 1 zu 3 gegen den 1. FC Nürnberg verloren. RB Leipzig hat sich mit 4 zu 0 beim 1. FC Magdeburg durchsetzen und Bayern München ebenfalls souverän mit 5 zu 1 bei Tusk Koblenz. Und dann haben wir noch heute nebenbei weitere Spiele. Berlin spielt gegen Holstein Kiel, Oberneuland gegen Hoffenheim, Cottbus gegen Freiburg. Und bei Bremen gegen Stuttgart haben wir sogar einen Zwischenstand. Da führt Stuttgart schon 2 zu 0 nach 30 Minuten. Um 15 Uhr startet noch die Partie Hannover gegen St. Pauli. Und dann haben wir am Sonntag und Mittwoch natürlich auch noch die restlichen Partien der ersten Runde. 32 Mannschaften ja mit dabei. Die 21 Verbandspokalsieger plus 11 Mannschaften aus der A-Junior-Bundesliga. Sertimir mit der Übersicht, aber Gidikli kommt nicht dran. Cimuanga, Gidikli. Jung nochmal zurück. Aber da war sie. Die erste richtig dicke Chance. Niklas Lansch zur Parade gezwungen. Guter Abschluss von Cimuanga. Und jetzt auch die gute Freistoßposition für Cidane Sertimir, der dänischer U-Nationalspieler ist und neu vom 1. FC Noss Jelland kam. Den Ball rein. Erstmal geklärt. Der Konter läuft noch. Aber Schwieren aufgepasst. Und jetzt Ika Bravo. Vielleicht jetzt mal in die andere Richtung schnell. Gidikli. Gut gestört. Dann der Fehlpass. Aber Ries auch. Nicht gut genug da in der Ballkontrolle. Sodass Fofana ihm das Spielgerät abluchsen kann. Das war der thìstwand. Darf ich aufden? Darf ich aufden? Darf ich aufden? Lust, nicht gut? Aber Bayern 04 jetzt hier besser in der Partie, mit dem guten Abschluss gerade von Chimuanga. Dann Gedikli mit ein bisschen Pech, wenn er da an den Ball rankommt, steht es hier höchstwahrscheinlich 1 zu 0. Nicht ungefährlich, starke Aktion von Bravo und jetzt Gedikli kann sich da nicht ganz behaupten. Thüschel kriegt hier den 10-Applaus, aber super Aktion da im Mittelfeld von Ika Bravo. Da hat er schon mal gezeigt, was die Bayern 04 Fans von ihm erwarten dürfen. Worauf wir uns in der Junioren-Bundesliga bei ihm freuen und vielleicht ja auch schon bei einsetzen im Profikader freuen können. Aber gerade Ika Bravo hat da ja noch Zeit. ist ja erst 16 Jahre jung. Ballstafette jetzt. Flanke aber ein bisschen zu lang. Trotzdem Raul Romero geht auf Nummer sicher und es gibt Eckball Nummer 2 für die Werkself. auch von der Seite übernimmt das Sertemir. den Ball rein, schwieren. aber dann Lenzke erstmal geklärt. wieder gut von Sertemir. der da zeigt, was Simon Rolfes meinte bei seiner Verpflichtung. sagte, dass er mit einem besonderen Talent ausgestattet ist und dem zugleich nochmal die Scouting-Abteilung bei Bayern 04 mitgelobt hat, die den jungen Dänen schon seit über drei Jahren auf dem Radar haben. Barak. Jetzt noch ein bisschen festgespielter in der Ecke. Das Spiel verlagert sich mehr ins letzte Drittel von Schott Mainz. Bravo. Ja, drei Mann aussteigen lassen, aber Blenske lässt ihn da nicht vorbei. Jetzt sitzt er mit der Flanke. Beim zweiten Pfosten Jung. Macht das gut. Aber dann ist Niklas Lansch unten. Unglückliche Verlängerung. Und dann Jung erst schön den Gegenspieler aussteigen lassen. Aber dann Lansch unten bei seinem Abschluss. Zertimir mit der guten Annahme. Und wieder am Ball. Ich traue es auf Jung. Wieder Zertimir. Doppelpass mit Bravo. Nochmal rüber auf Gidigli. Wechselt jetzt hier viel besser im Spiel. Zwei gute Möglichkeiten durch Chimo, Anga und Jung. Und auch wesentlich sicherer im eigenen Kombinationsspiel. Jetzt holt Ries hier aber den Freistoß gegen Emre Axel raus. Ries. Und da Räuchteuer mit den lauten Anweisungen an seine Mauer. Ries. Muss man als 16-Jähriger so auch erstmal machen. Aber eher aus der Jugendschule von Ajax. Die ja auch schon den ein oder anderen Torhüter groß rausgebracht haben. Gute Aktion hier. Von Silas Kölmer. Lässt Jung ins Leere laufen. Aber dann direkt der Ball wieder weg. Gucken was er jetzt damit macht. Probiert es wieder mit dem langen Ball. Chimo Anga ist direkt dran. Kommt dann gut dazwischen. Und auch da wieder. Das ist meiner Sicht nicht ganz ungefährlicher einsteigen. Aber noch belässt es Schiedsrichter Patrick Mattern hier bei Ermahnungen. Aber bisher bis auf ein, zwei Szenen auch ein sehr faires Spiel. Von daher durchaus korrekt, dass hier noch keine Karte gezogen wurde. Abseits von Ries. Der jetzt hier die Ermahnung vom Schiedsrichter kriegt. Geh weg vom Ball. Jung. Kommt da nicht vorbei. Hansi das Kölmer. Hätte da jetzt aber auch nicht unbedingt einen Foul gesehen. Schöne Szene hier gerade. Ich weiß nicht genau wer es da war von Schott Mainz. Der sich im Kopffall-Duell beim Schiedsrichter beschweren wollte. Der Aussage, ey der schubst. Und dann direkt im Anschluss der Schrei von der Mainzer Trainerbank. Ja dann mach weiter, wenn der schubst. Die richtige Ansage. Wenn der Schiedsrichter nicht pfeift, lohnt es sich nicht auf einen Pfiff zu roffen. Oder sich zu beschweren. Das weiß auch Thorsten Evgen. Im Mainzer teilweise schon mit hohem Risiko in ihren Grätschen. Jetzt leichte Aggressionen hier zwischen der Bayern 04 und der Mainzer Bank. Da war jetzt schon die eine oder andere Grätsche dabei, die zumindest mal hart an der Grenze ist. Chimuanga. Auf Gedikli. Auf Jungen nimmt der Axel noch mit. Der nimmt Axel noch mit. Der mit der Flanke. Uh. Lansch. Axel. Und da kriegen sie glaube ich sogar noch. Ja. Ne den Eckball kriegen sie nicht verhindert. Ecke Nummer 3. Leverkusen. Die nächste gefährliche Gelegenheit hier. Nach dem verunglückten Kopffall von Leo Blenske. Und jetzt möglicherweise wieder die kurze Ecke. Da steht Tim Arnold natürlich viel zu nah dran. Dementsprechend auch die Proteste von Sertimir und Chimuanga. Diesmal der Ball direkt zu Köhl. der nicht genug Höhe in seine Flanke. Und Köl ja auch einer, der schon seit 2011 alle Jugendmannschaften bei Bayern durchläuft. Da hat er jetzt auch wieder Gedikli für meinen Geschmack umgerissen. Aber eine klare Linie. Also dass er die nicht hat, kann man dem Schiedsglieder nicht vorwerfen. Lässt hier viel laufen. Und jetzt Ika Bravo und Nils Schäfer, die da so ein bisschen aneinander geraten. Und dann auch direkt die Ansage von Patrick Matan kassieren. Köl ja auch schon seit 2011 für Leverkusen aktiv. Und da auch in der U17 regelmäßig Stammkraft gewesen. Und der Lauf von Jung und jetzt Sertimir. Was macht er mit dem Ball? Geht nochmal über Axoy. Der wieder raus, schön mit der Hacke weitergeleitet. Sertimir auf Jung. Cimuanga legt sich den Ball zu weit vor. Aber Cimuanga und Jung haben jetzt auf jeden Fall mal die Seiten getauscht. Jung jetzt auf links. Cimuanga hier auf der rechten Seite. Vorne drin weiterhin Bravo Gedikli. Dahinter Zidane Sertimir. Und wir gehen in die Nachspielzeit. Ist nicht gesehen. Wie viel angezeigt wurde? Gar nichts. Die erste Hälfte ist rum. Die Schwarz-Roten haben sich am Anfang der Partie ein bisschen schwer getan, ins Spiel zu finden. Noch viele Fehler im Passspiel drin. Sind dann gegen Ende der Halbzeit immer besser ins Spiel gekommen. Und hatten jetzt durch Jung mehrfach die Chance. Auch durch Cimuanga gute Möglichkeiten. Aber noch warten wir hier auf den ersten Treffer. Wir haben jetzt hier gleich noch die Highlights für euch. Und dann melden wir uns pünktlich zum Anpfiff der zweiten Halbzeit wieder zurück. Bis gleich. So, pünktlich zur zweiten Halbzeit melden wir uns zurück von der Karlsbad Road. Mit der zweiten Halbzeit des Spiels. TSV Schott Mainz gegen Bayern 04 Leverkusen in der ersten Runde des DFB-A-Juniorenpokals. Soweit ich das in der Halbzeit überblicken konnte, gibt es bei der Werkself schon mal keinen Wechsel. Und auch Schott Mainz scheint unverändert aus der Kabine gekommen zu sein. Starten jetzt hier von links nach rechts. Und direkt wieder mit dem langen Ball. Erst gut kontrolliert von Kutschiara. Aber dann aufmerksam von den Schwarz-Roten in der Abwehr. Und hier wieder der zu kraftvolle Pass. Abstoß vom Tor von Niklas Lansch. Niklas Lansch, Neuzugang. Kam vom SV Gonsenheim. Und hat da letzte Saison vier Spiele für die U17 machen können bis zum Abbruch. Jetzt also bei den A-Junioren in der Regionalliga von Schott Mainz. Alibarac. Und wieder gut von Ica Bravo. Besonders im Passspiel gefällt mir der Spanier bis hierhin sehr gut. immer den Blick für den freien Mann. Auch wenn der im Rücken steht. Und wie schon in der ersten Halbzeit auch zu Beginn der zweiten Halbzeit. Zwischen den Trainerbinken wird es langsam etwas hitziger. Ries. Flanke geblockt. Wieder kommen die Mainzer hier mutig aus der Kabine. Arnold. Zum Ball an Gidikli. Kühl. Hier drüber auf Axel. Auf Jung. Leverkusen lässt den Ball jetzt gut laufen. Von links nach rechts. Sicherlich auch auf die Karte setzen, dass irgendwann die Kräfte ausgehen. Gidikli. Legt sich den Ball etwas zu weit vor. Und dann ist Tujic, der bisher eine richtig gute Partie da macht, wieder dazwischen und kann klären. Barak. Auf jeden Fall jetzt schon zu erkennen. Ist nicht ruhiger das Aufbauspiel als noch zu Beginn der ersten Halbzeit. Chimuhanga. Warak mit der Flanke. Noch abgeblockt. Deswegen gibt es den nächsten Eckball. Der ersten in der zweiten Halbzeit für Schwarz-Rot. 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 Und wie schon in Halbzeit eins Ecken. Eine Sache für den Neuzugang. Sidan. Sertimir. Ja. Sicherlich vor Fahner suchen. So ein langen Lunge ist dran. Kriegen das dann im Verbund geklärt. Und dann hier das Foul. Aber kein taktisches Ball war eh schon so gut wie weg. Die Ansage hier vor den Steuer und Fahner den Ball durchzulassen. Köhle aufmerksam. Sven Hübscher hat ja noch einige Optionen auf der Bank. Unter anderem Aymen Aurya. Auch er ja im Profitrainingslager mit dabei gewesen. Der U-Nationalspieler Marokkos. Und gute Gelegenheit. Chimo Anga kommt nicht an den Ball. Pass das nochmal an hier. Den Pass von Sertimir. Und dann fehlt da vielleicht ein Fuß. Dann wäre es wieder richtig gefährlich für das Tor von Lange geworden. Anfangspieler Marokkos. Der Beant. Der Beant. Der Beant. Wesentlich besserer Auftakt hier. Die zweite Hälfte. Chimo Anga. Bravo. fast so aus als wolle das selber probieren spielt dann aber noch mal den pass wieder gut von bravo aber dann ist es immer einer zu viel mit dem er sich da anlegt jetzt vorteil dann abgefiffen bayern 04 geht es ja dann nächste woche bereits weiter am freitag zum testspiel gegen den vfl bochum und heute mittag 15 30 ja dann die erste mannschaft dran dem spiel in augsburg bei der letzten spielten saison 19 20 damals ja auch noch florian wird es unter anderem in der u19 bei bayern auch ein altbekannter torwart trainer der bank werden wir jetzt den ersten wechsel bei schon mainz sehen da kommt die nummer zwölf anis ab die oski für nummer zehn malik milan schäfer anis abdiowski auch ein neuzugang bei schon mainz kam aus der jugend von kickers offenbach das ist von schwieren schiedsrichter hatte ein faul gesehen dementsprechend ist keine schlechte freistoßposition ein altbekannter mittlerweile bei der 19 als torwart trainer aktiv ramazhan ösgxan und der ball rutscht durch nicht gesehen werde am ende dann entscheidend noch dran war aber auf jeden fall extrem gefährliche situation und der ton von bayern 04 coach wenn hübscher wird rauer auf der bank kann natürlich mit dem ergebnis noch nicht zufrieden sein und auch dem auftritt seiner mannschaft scheinbar noch nicht hundertprozentig einverstanden auch zu beginn hier der zweiten halbzeit sette mir geht chino an gar nicht mehr dran geht ins aus der ball jetzt hätte es gefährlich werden können aber streuer hat mit aufgepasst ist draußen klärt und wieder serte mir der im mittelfeld die fäden zieht hat schien wanger barack aber hier ist klar foul an dem arnold der gut zwischen gegenspieler und mann gekommen ist das ist das ist Ja, jetzt gibt es die erste gelbe Karte. Und die auch vollkommen zurecht, da hatte Leon Blenske Gidikli gehalten, der da viel Platz gehabt hätte. Und auch bei den Freistößen der Däne Zidane Sertimir zuständig. Und hier unten haben wir gerade gesehen, da scheint es gleich bei Bayern 04 auch den ersten Wechsel zu geben. Scheint, nicht richtig gesehen, aber der von mir angesprochene Eimann Aurier zu sein, der jetzt gleich in die Partie kommen wird. Ja, Sertimir und Bravo harmonieren da schon relativ gut. Aber es fehlt halt immer noch so dieser letzte Drang nach vorne dann. Und da starker Einsatz, der hier mit Applaus belohnt wird von dem eingewechselten Anis Abdiowski. Da hat er jetzt fast die Großchance für Tim Arnold gegeben. Abdiowski jetzt. Einsteigen gegen Gidikli. Für das es wahrscheinlich keine gelbe Karte gegeben hätte. Aber für den Schubser im Anschluss im kleinen Techtel-Mächtel mit Ika Bravo dann schon. Also, gerade auf dem Platz schon die gelbe Karte. Ja, und unten macht sich Eimann Aurier bereit. Und wo wir es hier gerade in den Kommentaren gelesen haben, ja, Ika Bravo spielt, der aus der Jugend vom FC Barcelona gekommen ist und macht bisher durchaus eine ordentliche Partie. Jetzt wieder Sertimir geht nochmal zurück auf Köhl, der allerdings nicht an den Ball kommt. Schwarz-Rot bleibt aber im Ballbesitz. Jung und Chimuanga jetzt mal auf einer Seite. Wahrscheinlich auch eher ein seltenes Bild. Bayer jetzt mit mehr Spielkontrolle hier. Aber immer noch nicht aus der Gefahrenzone. Die Mainzer lauern auf Kontergelegenheiten. Chimuanga. Dem guten Ball zu Bravo. Aber dann wieder keiner in der Mitte zu finden. Und jetzt gibt es dann auch den ersten Wechsel bei der Werkself. Eimann Aurier kommt rein. Für. Ja, das haben wir jetzt nicht sehen können aus unserer Position, weil er sich direkt hinter der Metall an den Bank versteckt hat. Aber vielleicht kann der Stadionsprecher Auflösung geben und das tut er. Ika Bravo verlässt den Rasen und Eimann Aurier jetzt für ihn auf dem Platz. Oh, wichtig da dran zu sein. Aber der eingewechselte Aurier. Sertimir kommt nicht durch. Und Aurier, wie gesagt, auch einer der Spieler gewesen, die mit im Profitrainingslager waren. Da auch er unter anderem gefragt, von wem er sich denn viel abschaut aus der ersten Mannschaft. Das ist bei ihm Karim Belarabi. Und auch Schott Mainz hat nochmal gewechselt. Und Noel Magera ist neu auf dem Platz für Luis Vazquez, der in der ersten Halbzeit häufig das Ziel der langen Bälle war. Gera schon ein Jahr länger in Mainz kam 2020 aus Kaiserslautern und hat unter anderem in dem sehr erfolgreichen Testspiel von Schott Mainz bei 5-0 gegen Waldhofen-Bannheim gewinnen konnten, einen Treffer erzielt. Und auch bei Bayer 04 gerade der zweite Einwechselspieler auf dem Weg zur Bank. Das ist diesmal die Elf-Volkan Balicalioglu, der jetzt hier gleich in die Partie kommen wird. Und kriegt er noch letzte Anweisungen am Spielfeldrand. Freistoß wird wohl erst noch ausgeführt werden. Versammeln sich die Mainzer mit im Strafraum. Steuer sicher. Und jetzt vielleicht mal Gidikli. Aber wieder ein Bein noch dazwischen. Und dann kann Niklas Lansch die Kugel nach vorne klären. Zertimir Dreh- und Angelpunkt im Mittelfeld, Herr Schwarz-Roten. Gut von Ali Barak. Und jetzt könnte es vielleicht mal schnell gehen. So nicht. Ball wieder weg. Und der nächste Wechsel. Da ist, glaube ich, auf der anderen Seite Ingyom-Yung vom Platz gegangen. Und für ihn jetzt, wie eben bereits erwähnt, Volkan Balicalioglu eingewechselt. Der auch bereits seit 2014 in der Bayer 04-Jugend aktiv ist. Und da letztes Jahr bis zum Abbruch auch Stammspieler war in der U17 noch. Wechsel Nummer 3 bei Schott-Mainz Mathiole Ries vorletzt den Platz und für ihn kommt Felix Holm. Natürlich jetzt ein bisschen den Spielfluss raus. Diese Wechsel. Und wir sind ja dann auch gleich schon in der 70. Minute. Sollte hier keine Mannschaft noch ein Tor erzielen, geht es wie im richtigen DFB-Pokal auch erst in die Verlängerung und im Anschluss würde es dann ein Elfmeterschießen geben. Aber jetzt erst mal wieder schwarz-rot. Guter Pass. Chimuanga. Aber Fuß dazwischen von Dugukan Tujic. Ecke Nummer 5 für die Werks-Elf. Wieder alle in der gegnerischen Hälfte. Fofana verpasst den Kopfball knapp. Und dann kein schlechter Abschluss von Chimuanga. Am Ende ein bisschen zu wenig Tempo hinter, sodass Niklas Lansch den Ball fangen kann. Und scheinbar jetzt wehgetan hat. Wir gucken noch mal auf die die Chance. Auch noch abgefälscht. Und Lansch mit dem Krampf scheinbar jetzt muss jetzt hier erstmal behandelt werden. Barak, Köhl, Fofana, Schwieren und Sertimir nutzen die Unterbrechung hier für eine kleine Trinkpause. Vielleicht auch noch mal um ein, zwei Worte mit Trainer Sven Hübscher zu wechseln. Aber Schott Mainz ja auch lange ohne Pflichtspiel gewesen. Erst vor kurzem mit Testspielen angefangen, die aber relativ erfolgreich bestritten 5-2 zuletzt gegen die Spielvereinigung. Ingelheim, 5-0 gegen Waldorf Mannheim. Einzig gegen die U17 von Mainz 05 musste man sich deutlich geschlagen geben. Doch da geht es am 12.9. los für Schott Mainz in der Regionalliga Südwest gegen JFG Saarlouis Dillingen. und dann sicherlich wieder das Ziel obere Tabellenhälfte, nachdem er ja die letzten zwei Saisons jeweils auf Platz 2 abschließen konnte. Lansch steht mittlerweile wieder. Chimuanga gibt den Ball zurück. Chimuanga gibt den Ball zurück. Jetzt probiert es jetzt hier nochmal mit viel Druck. Kusen kann sich da gut befreien. Achseu drüben gut gemacht. Behauptet den Ball, holt den Einwurf. Gut gemacht. Zertdemir, der den Ball wieder kriegt. Aber dann macht das Verteidigung von Schott auch gut mit zwei Mann. Direkt an ihm dran. Gidikli. Köl stark den Ball behauptet. Druckphase jetzt hier. Chimuanga auf Zertdemir. Und dann ist es das Tor durch Emre Han Gidikli. Klasse Aktion. Chimuanga auf Zertdemir. Und der hat das Auge für Emre Han Gidikli am zweiten Pfosten. Gucken wir nochmal drauf. Chimuanga geht am Gegenspieler vorbei. Der klasse Pass auf Zertdemir. Und dann komplett frei am zweiten Pfosten. Emre Han Gidikli bringt Schwarz-Rot hier mit 1 zu 0 in Führung. Und das ist doch jetzt eine sehr gute Ausgangslage für die letzten gut 17 Minuten. Denn jetzt werden sich hier natürlich Räume ergeben. Zertdemir Gidikli im guten Doppelpass-Spiel und wieder Chimuanga. SC Freiburg ja Rekordsieger in diesem Wettbewerb. Sechsmal haben sie den Titel schon gewinnen können. Aurier gut aufgepasst da von Tüschüch. Habidowski ist hier natürlich weiterhin jetzt schnellen Angriffen maximal zwei, drei Pässe. Jan Schwierin ja auch einer aus der Gruppe, die mit dem Trainingslager dabei waren. Als er dort von Moderator Imre Han Gidikli gefragt wurde, was denn seine Vorbilder aus der ersten Mannschaft sind, hat er ganz moderat geantwortet. Ich gucke mir von allen so ein bisschen was ab. Und auf die Frage, was seine Stärken sind, sagte er, ich bin Verteidiger, ich kann gut verteidigen. Konter jetzt, Chimuanga kriegt aber den Ball nicht vorbei. Gut aufgepasst von Schotter in der Defensive, die jetzt hier natürlich ein bisschen mehr Platz haben. Aber Gidikli zeigt hier, dass er es nicht nur vom gegnerischen Kasten kann. Klasse Zweikampf da im Mittelfeld und das gibt den nächsten Freistoß. Und wieder steht Sertemir bereit. Ich glaube, es ist nicht Ivan Aurier, der sich noch mit dazugestellt hat. Sertemir bringt sie jetzt auch. Lansch im Verbund mit seiner Abwehr. Und wieder hintenrum. Das macht Bayern 04 jetzt in der zweiten Halbzeit viel besser als noch im ersten Durchgang. Ballkontrolle lassen den Gegner laufen. Und auch hier gut der Konter unterbunden von Axel Nächster Wechsel bei Schott Mainz. Pero Luca Filzinger wird jetzt auf den Platz kommen. Und wenn ich es richtig sehe hat Tim Ries den Platz auf der gegenüberliegenden Seite verlassen. Jawohl Tim Ries. Auch Pero Luca Filzinger einer der Neuzugänge bei Schott Mainz. Er kam jetzt in diesem Sommer von 1817 Mainz. Und ordnet sich da richtig sehr direkt vorne im Sturm Zentrum ein. Klar war jetzt noch etwas mehr als zehn Minuten zu spielen. ist natürlich jetzt das Risiko so langsam erhöht werden. Er hat ist an und das das ist Als Ziel vor der Saison hat Sven Hübscher erst mal moderat den oberen Bereich der Tabelle angegeben. Für ihn Tabelle aber nicht hauptaussagekräftig, denn es geht ja auch im Bereich der U19 um die Ausbildung junger Spieler. Aber klar, auch die Tabelle spiegelt einen Stand der Ausbildung wieder. Ist da froh, dass er mit Markus Daun und Ramazhan Özkan zwei erfahrene Leute mit dabei hat, die dann den Torhütern und Feldspielern auch mit ihrer Profi-Erfahrung einiges mit auf den Weg geben können. Und das Foul. Und das ist jetzt eine sehr gute Freistoßposition. Ja, vielleicht nicht sehr gut, aber zumindest mal eine gute Position. Jetzt aber Aurier und Sertimir. Und es sieht so aus, jetzt wird sich Aymen Aurier das nicht nehmen lassen. Gucken, was er hier vorhat. Zehn Minuten noch zu spielen. Ein bisschen Dreierblock neben der Mauer. Natürlich jetzt schwer zu sehen für Niklas Lansch, der Ball. Flach. Keine schlechte Idee. Aber keiner durchgestartet, beziehungsweise der Ball vielleicht auch mit etwas zu viel Tempo dann ausgestattet. Aber durchaus eine interessante Variante. Barak. Und jetzt viel Platz für Aurier. Gut vorbei, Gidekli. Dann aber Sertimir einen Schritt zu schnell. Ja, und jetzt holt sich Aurier hier die unnötige gelbe Karte ab, nachdem er da den Ball weggeschmissen hat. Da gibt Schiedsrichter Patrick Matan hier direkt das Zeichen. So fangen wir hier erst gar nicht an. Zückt gelb. Und jetzt ein böser Fehlpass, Chimuanga. Aber aufgepasst von Raul Romero. Ein Wurf. Shot. Arbeiten sich da jetzt langsam die Linie vor. Widerski. Guter Ball. Viel Platz zum Flaggen, aber Barak schmeißt sich da rein. Und jetzt Platz zum Konter an Aurier. Gidekli. Da wird Sven Hübscher auf der Bank mal richtig laut. Sich Emil auch hier da schon wieder vor den Freistoß stellen wollte. Das ist, glaube ich, so das Allerletzte, was man hier gebrauchen kann. Eine gelb-rote Karte für Zeitspiel und Zeitspiel innerhalb von fünf Minuten. Dementsprechend verständlich, dass Sven Hübscher da laut wird. Wieder gute Defensivaktion da drüben. Glück für Niklas Land. Wenn Aurier den Ball kontrolliert bekommt, steht es hier ziemlich sicher 2 zu 0. Noch sehe ich hier nicht, wie Shot hier zum Ausgleich kommen will. Allerdings steht es hier auch erst 1 zu 0. Und gerade, wenn wir uns dann so auf die letzten Spielminuten zu bewegen, kann so ein Spiel ja auch immer mal hektisch werden. Und dann irgendwie einer durchrutschen. Aber bisher macht das Schwarz-Rot hier sehr souverän in der 2-1-Halbzeit nichts mehr zugelassen. Hätte man vielleicht nicht mit der Hacke spielen müssen. Aber dann hinten auch wieder aufmerksam. Direkt den Ball zurückerobert. Aber wieder der Einwurf. Verschott. Und dann durch, legt zurück. Nochmal zurückgelegt. Und dann war es Aksoy, der da mit seiner Grätsche ganz stark noch den Schuss blockt. Die Tribüne hier Handspielrufe. Da war eine dieser Situationen. Filzinger müsste das gewesen sein, der da auf der linken Seite durchgebrochen ist. Da haben sie zweimal Übersicht bewiesen. Hätten aber vielleicht auch schon eher den Abschluss suchen müssen. Und plötzlich wird es gefährlich. Achsoy verhindert. Aber dass der Ball überhaupt aufs Tor von Roy Steuer kommt. Und jetzt nächste gelbe Karte hierfür. Für Ali Barak. Gelb für Zeitspiel sieht. Sven Hübscher hat er scheinbar nicht mit einverstanden. Beziehungsweise mit den Kommentaren der Mainzer Bank nicht ganz einverstanden ist. Steht auch schon der nächste wechselbereit. Und Can Mustfa wird gleich für Bayer 04 noch in die Partie kommen. Erstmal hier. Was macht Aurier? geblockt von Silas Kölner. Eins kriegt die Kugel geklärt. Aber Schwieren. Resolut. Nächster Wechsel. Nächster Wechsel. Bayer 04. Und die 10. Aaron Chimuanga wird den Platz verlassen. Für ihn neu. Der 19. Can Mustfa. Auch erst 16 Jahre jung. Kam 2019 vom Bonner SC. Und auch er schon im Liga-Pokal für Bayer 04 im Einsatz gewesen dieses Jahr. Fofana und Barak klären das. Wiedowski. Oh, hartes Einsteigen. Von Abdijowski. Und der kriegt jetzt hier die Ampelkarte. Hatte schon gelb gesehen, kurz nach seiner Einwechslung. Und jetzt hier gucken wir nochmal drauf. Für dieses zu harte Einsteigen. Ja, auf jeden Fall. Gegen den gerade eingewechselten Mustfa kann man gelb-rot geben. ist jetzt auch sichtlich angefressen hier unten. Erster Tritt gegen die Bande. Jetzt der Flaschenwurf. Aber da kann man dem Schiedsrichter jetzt keinen Vorwurf machen. Die kann man schon so geben, die gelb-rote Karte. gerade auch, nachdem wir jetzt die Zeitlupe gesehen haben. Jetzt guter Einsatz. Gedikli. Oh, fast mit dem zweiten Treffer. letzte reguläre Minute bricht jetzt gleich an. Er ist jetzt natürlich mit zehn Mann nochmal mehr gehandicapt. Wird hier noch mehr nach vorne werfen. und dann sind so Ballverluste natürlich tödlich. Sertimir. Aber starkes Tackling. Aber im Anschluss direkt wieder der Ballverlust von Kölner. Und jetzt natürlich Zeit hier den Ball laufen zu lassen. Und den Gegner gleich mit. Sertimir. Sertimir. Ja. Wollte Aurea einfach die Hände weglassen. Auch er ja schon gelb vorbelastet. Wieder gut den Ball geholt. Aber dann verschenkt. Wie viel Nachspielzeit gibt es hier noch? Oder gibt es jetzt noch die große Gelegenheit für Mainz? Vier oder fünf Minuten. Ich glaube, es sind vier, die er da anzeigt. Gibt es noch oben drauf. Sertimir. Oh, und dann ist es der eingewechselte Can Mustfa. der um Haares Breite verpasst. Wieder. Das wäre die zweite Torvorlage für Sertimir gewesen. Fofana. Zu hartes Einsteigen im Kopfballduell. Wir gucken aber noch mal auf die Chance von eben. Gedikli auf Sertimir. Und dann Haarschaf Mustfa am 2 zu 0 vorbei. Und hier noch mal, ja, das zu harte Einsteigen von Sertimir Fofana. Und jetzt ist schon die Zeit gekommen, wo Torhüter Niklas Lansch mit vorne reingeht. Holm bringt den Ball. Lansch dann direkt schon wieder raus. Offensiv Foul, abgefiffen. in den Steuern kriegt hier von der Trainerbank die Ansage lang. Unten lang haut dann. Fast bis in den gegnerischen Sechzehner. Holm dann zurück zu seinem Torwart. Kutschuria jetzt nochmal. Außen aber ist einfach gut gemacht. Auria zu Gidikli. Der nochmal raus. Zu Balicalioglu. Gidikli einer zu viel. Und wieder der lange Ball vor, aber ins Aus. Ein Wurf. Bayer 04. Jetzt noch circa anderthalb Minuten zu spielen. Ein Wurf verschenkt. Aber Lansch schenkt ihn zurück. Aber dann der Pass von Balicalioglu. Zu schwach. Und jetzt läuft wieder der Konter. Barak bleibt aber dann stark vor Noel Maguera. Es gibt nochmal den Einwurf in der letzten Minute hier. den schnappt sich Raul Romero. Den jetzt wohl weit reinwerfen. Aber Köhle ist da. Aber dann trotzdem noch diese Kopfballstafette da im eigenen Sechzehner. Sven Hübscher nicht gefallen haben. Da so in letzter Sekunde. Aber wie gesagt, dann wird es halt auch nochmal hektisch. Dann fliegt der Ball da durch den Sechzehner. Letzten zehn Sekunden laufen Lansch nochmal mit dem langen Ball. Aber Mustfa klärt. Gibt es noch einen Angriff. Barak jetzt ist Schluss. Der Favorit setzt sich durch mit 1 zu 0. Bayern 04 hier mit einer guten Performance in der zweiten Halbzeit haben Mainz dann größtenteils vom eigenen Sechzehner weggehalten und hatten auch die ein oder andere gute Möglichkeit gerade nach dem 1 zu 0 dann noch zu erhöhen. Blieb dann durch den knappen Spielstand noch bis zum Schluss spannend. Aber irgendwann lassen dann auch die Kräfte nach. Dann kam noch die gelb-hote Karte für Anis Abdijowski Bayern 04 zieht ein in die zweite Runde des A-Junior-Vereinspokals. Wir haben jetzt gleich noch die Highlights der Partie für euch und verabschieden uns hier von der Carlsbad Road aus Mainz. Bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 und